Willkommen zu unserem Leitfaden über die besten Milchaufschäumer. Ein guter Milchschaum kann den Genuss von Kaffee, Latte, Cappuccino und anderen Milchgetränken erheblich verbessern. Ein hochwertiger Milchaufschäumer ist dabei unerlässlich. In diesem Video stellen wir Ihnen eine Auswahl der besten Milchaufschäumer auf dem Markt vor. Von manuellen Aufschäumern bis hin zu automatischen Geräten mit verschiedenen Funktionen, wir haben alles für Sie recherchiert. Erfahren Sie mehr über die Leistung, das Design, die Benutzerfreundlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis der besten Milchaufschäumer, um Ihre Auswahl zu erleichtern und Ihren perfekten Milchschaum zu kreieren. Lassen Sie uns loslegen. Auf Platz 5 geht es aufwärts für die Melitta Cremio 2 Milchschäumer. Der Melitta Cremio 2 Milchschäumer ist ein vielseitiges und benutzerfreundliches Gerät, das Ihnen auf Knopfdruck in wenigen Sekunden perfekten Milchschaum für Ihre Lieblingsgetränke wie Latte Macchiato, Cappuccino, Milchkaffee oder heiße Schokolade liefert. Sie können auch kalten Milchschaum verwenden, um Desserts zu verfeinern. Die beleuchteten Bedientasten ermöglichen Ihnen die Auswahl zwischen warmem Milchschaum, warmer Milch und kaltem Milchschaum. Mit einer Füllmenge von 100.150 ml für Milchschaum und 100.250 ml für warme Milch bietet der Cremio 2 ausreichend Kapazität für verschiedene Getränkevariationen. Die Reinigung des Geräts ist dank der Antihaftbeschichtung des Milchbehälters einfach. Sowohl der Quirl als auch der Deckel können in der Spülmaschine gereinigt werden. Für eine gründlichere Reinigung empfiehlt Melitta den Perfect Clean Milchsystem Reiniger. Die Handhabung des Milchaufschäumers ist komfortabel und einfach. Der ergonomische Griff und die 360 Grad Basisstation ermöglichen eine bequeme Handhabung und das Lift Switch Off sorgt für Sicherheit. Mit einer Leistung von 450 Watt arbeitet der Cremio 2 effizient und schnell. Das Gerät wurde mit dem Dekra GS Sicherheitssiegel ausgezeichnet, was für seine hohe Sicherheit spricht. Bei möglichen Problemen während des Betriebs informiert sie eine blinkende blaue Kontrollleuchte. Dies kann darauf hinweisen, dass der Behälter leer ist, nicht bis zur Mindestmarke gefüllt ist, das Gerät überhitzt ist oder sich verbrannte Milchrückstände am Boden des Behälters befinden. In solchen Fällen wird empfohlen, das Gerät auszuspülen und abkühlen zu lassen. Der Melitta Cremio 2 Milchschäumer bietet Ihnen die Möglichkeit, sowohl warmen als auch kalten Milchschaum auf einfache Weise zuzubereiten. Mit seiner einfachen Reinigung und komfortablen Handhabung ist er eine hervorragende Wahl für alle Kaffee-Liebhaber und Genießer von milchbasierten Getränken und Desserts. Auf Platz 4 geht es aufwärts für die Spring Lane elektrischer Milchaufschäumer. Der Spring Lane elektrische Milchaufschäumer Mia bietet ein vielseitiges Schaumvergnügen mit seinen zwei Einsätzen zum Aufschlagen oder Rühren und vier verschiedenen Programmen. Du kannst heißen und kalten Milchschaum, heiße Milch und heiße Schokolade genießen. Die intuitive Bedienung erfolgt über einen einzigen Knopf, der durch farbige Lichtsignale unterstützt wird, um die gewünschten Programme auszuwählen. Dies macht die Bedienung einfach und bequem. Der transparente Deckel mit Silikonring dient als Spritzschutz und schützt deine Küche vor Milchspritzern. Gleichzeitig ermöglicht er dir einen klaren Überblick über den Rühr- und Schaumvorgang. Das Gerät besteht aus hochwertigem Edelstahl und Eichenholz, was nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch für Langlebigkeit und eine stilvolle Ergänzung in deiner Küche sorgt. Mit vier Programmen zur Auswahl kannst du den gewünschten Milchschaum oder die gewünschte Milchtemperatur einfach per Knopfdruck erhalten. Der Milchaufschäumer beendet das Programm automatisch nach 2-3 Minuten oder du kannst es manuell stoppen. Mit einer Leistung von 600 Watt erhitzt Mia deine Milch in kürzester Zeit. Bei Springlane steht die Kundenzufriedenheit an erster Stelle. Neben einem persönlichen Kundenservice bieten sie kostenlosen Rückversand an und stellen tausende Rezepte in ihrer Springlane-App zur Verfügung. Der Springlane elektrische Milchaufschäumer Mia ist eine großartige Wahl für alle, die ihre Milchgetränke mit perfektem Milchschaum oder warmer Milch genießen möchten. Mit seiner einfachen Bedienung, dem Spritzschutz und den hochwertigen Materialien ist Mia ein langlebiger Begleiter in deiner Küche, der nicht nur funktional ist, sondern auch durch sein schönes Design überzeugt. Auf Platz 3 geht es aufwärts für die Philips Senseo Milk Twister Milchaufschäumer. Der Philips Senseo Milk Twister Milchaufschäumer ist eine ausgezeichnete Wahl für alle Kaffee-Liebhaber, die perfekten Milchschaum für ihre Kreationen wünschen. Mit dem innovativen, magnetischen Aufschäumaufsatz erzeugt der Milk Twister einen feinen und cremigen Schaum, der ideal für Kaffeespezialitäten wie Latte Macchiato, Cappuccino oder auch kalte Getränke wie Eiskaffee ist. Mit einem Fassungsvermögen von 120 Millilitern können sie genug Milchschaum für zwei Cappuccinos zubereiten, ideal für den Genuss mit Freunden oder der Familie. Die Bedienung des Milchaufschäumers ist denkbar einfach, mit nur einem Tastendruck startet der Aufschäumprozess. Der Milk Twister verfügt zudem über eine automatische Abschaltung, sodass Sie sich keine Sorgen um eine Überhitzung machen müssen. Die Reinigung des Philips Senseo Milk Twister ist ebenso unkompliziert. Dank der Antihaftbeschichtung und der glatten Oberfläche kann das Gerät einfach abgespült werden. Sowohl der Schneebesen als auch der Deckel sind spülmaschinenfest, was die Reinigung noch einfacher macht. Das wasserdichte Gehäuse ermöglicht eine problemlose Reinigung ohne die Gefahr von Beschädigungen durch Wasser. Mit seiner kabellosen 360 Grad Pirouettenbasis ist der Philips Senseo Milk Twister praktisch und komfortabel. Sie können das Gerät einfach anheben und abstellen, ohne sich um ein störendes Kabel kümmern zu müssen. Auf Platz 2 geht es aufwärts für die Nespresso Aerochino 4 Milchaufschäumer. Der Nespresso Aerochino 4 Milchaufschäumer bietet eine beeindruckende Vielfalt an Milchschaumvarianten, um Ihre Kaffeekreationen zu bereichern. Mit dem luftigen heißen Milchschaum können Sie köstliche Cappuccinos zubereiten, während der dichte heiße Milchschaum ideal für cremigen Latte Macchiato ist. Für eine erfrischende Abwechslung steht Ihnen der kalte Milchschaum zur Verfügung, perfekt für einen erfrischenden Eistfrappé. Mit dem Aerochino 4 können Sie Ihren Kaffeegenuss individuell anpassen. Ein herausragendes Merkmal des Aerochino 4 ist der hohe Komfort, den er bietet. Gießen Sie einfach die Milch ein und drücken Sie die gewünschte Taste, um im Handumdrehen perfekten Milchschaum zu erhalten. Die Bedienung ist denkbar einfach und erfordert keine komplizierten Schritte. Das maximale Fassungsvermögen beträgt 120 ml für Milchschaum und 240 ml für heiße Milch, sodass Sie ausreichend Schaum oder Milch für mehrere Tassen zubereiten können. Die Handhabung des Aerochino 4 ist äußerst benutzerfreundlich. Der ergonomische Griff und der praktische Ausguss ermöglichen ein einfaches und präzises Gießen des Milchschaums. Sie werden die bequeme Bedienung dieses Geräts zu schätzen wissen. Ein weiterer Vorteil des Nespresso Aerochino 4 ist seine Spülmaschinenfestigkeit. Das Gerät kann bei Temperaturen von bis zu 70 Grad Celsius in der Spülmaschine gereinigt werden, was die Reinigung und Pflege des Geräts deutlich erleichtert. Sie können sich somit auf eine mühelose Reinigung verlassen und haben mehr Zeit, um ihren perfekten Kaffee zu genießen. Auf Platz 1 geht es aufwärts für die Severin Spuma 500 Induktionsmilchaufschäumer. Der Severin Spuma 500 Induktionsmilchaufschäumer bietet Ihnen perfekten Milchschaum dank seines innovativen Induktionsverfahrens. Dadurch wird das Anbrennen der Milch vermieden und Sie können sich auf eine gleichmäßige und köstliche Schaumkonsistenz freuen. Der Milchbehälter ist zudem Spülmaschinen geeignet, was die Reinigung des Geräts besonders einfach macht. Mit dem Severin Milchaufschäumer haben Sie viele Möglichkeiten, Ihre Getränke zu individualisieren. Der Deckel verfügt über eine praktische Nachfüllöffnung, durch die Sie weitere Zutaten wie Kakao oder Sirup hinzufügen können, um Ihren Milchschaum nach Ihrem Geschmack zu verfeinern. Dadurch können Sie eine Vielzahl von köstlichen Variationen und Kreationen genießen. Ein weiteres Highlight des Spuma 500 ist die Möglichkeit, die Einsätze zu wechseln. Dies ermöglicht Ihnen das Erwärmen von Milch, das Aufschäumen für cremige Kaffeespezialitäten oder sogar das Aufschmelzen von Schokolade. Sie können sich somit wie ein echter Barista fühlen und professionelle Milchspezialitäten zu Hause zubereiten. Die Bedienung des Milchaufschäumers ist äußerst komfortabel. Der moderne Easy Select Drehregler ermöglicht es Ihnen, den gewünschten Modus einfach durch Drehen auszuwählen und durch Drücken zu bestätigen. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Aufschäumprozess und können das gewünschte Ergebnis erzielen. Zusammenfassend bietet der Severin Spuma 500 Induktions Milchaufschäumer eine hohe Leistung und Vielseitigkeit. Mit perfektem Milchschaum, praktischen Funktionen und einer komfortablen Bedienung ist er die ideale Wahl für Kaffeeliebhaber, die ihre Getränke zu Hause individuell gestalten möchten.